Hallo liebe Arcada-Club-Freunde, weiter geht's in Blender. Wir hatten ja dieses tolle Objekt hier geschaffen. Ich drücke mal die Tab-Taste, dann haben wir hier schon so ein tolles Objekt. Aber trennen wir uns von. Das wählen wir an, drücken die X-Taste und löschen das Objekt. Wir fangen, wie sollte es anders sein, wieder mit einem Quader an. Umschalt-Taste A, Mesh hinzufügen, Masche heißt es hier komischerweise übersetzt, und wir nehmen wieder diesen Würfel. So, und schaut mal, dieser Würfel, wenn wir den jetzt in den Bearbeitungsmodus umsetzen, hat ja diese Knoten an den Seiten. Das ist auch soweit ganz toll und für so einen Computer relativ einfach zu berechnen, weil hier nicht so viele Knoten sind und auch nicht so viele Kanten sind und damit kann der Computer sowas ruckzuck berechnen. Deswegen haben wir hier auch so eine wunderbar flüssige Animation. Das kann sich aber ändern, wenn unsere Objekte komplexer werden und wir hier mehr Flächen reinschalten. Und deswegen ist so eine Prämisse, möglichst wenig Flächen zu erzeugen, wenig Knoten zu erzeugen. Und deswegen wendet man lieber mathematische Tricks an, um Flächen zu manipulieren und zu erzeugen, als viele hinzuzufügen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wenn wir aus dem Bearbeitungsmodus rausgehen, was mit dem Würfel passiert, wenn wir hier einen Modifikator hinzufügen. Erinnert euch, das war hier dieses Werkzeugsymbol. Modifikator hinzufügen. Und wir hatten ja mal diese Oberflächenunterteilung hinzugefügt. Das mache ich jetzt mal. Und schaut mal, ich die hinzufüge, was wir ja bei der Kugel gemacht haben, um schöne abgerundete Flächen zu bekommen, wirkt sich beim Würfel jetzt auf diesen Würfel völlig komisch aus. Der wird nämlich tatsächlich hier zu, Ball, nicht ganzem Ball, aber tatsächlich ist der hier so geformt. Und im Grunde genommen passiert das Gleiche, was ich euch schon gezeigt hatte, als wir hier Zwischenpunkte eingefügt haben, um das Ganze runder zu machen. Und genau das können wir ja hier auch einstellen über diese Levels. Schaut, jetzt kommen immer hier zwischen den Linien die Punkte. Und daraus wird immer mehr eine Kugel. Immer schöner, immer besser sieht die aus. Machen das mal hier nur für zwei und dann auch wieder für eine. Und dann sehen wir, besteht die hier aus diesen komischen Waben. Das Tolle ist aber, wenn wir in den Bearbeitungsmodus gehen, dann sehen wir, das Objekt ist ein anderes. Das besteht nicht aus den Kanten und Flächen, die wir eigentlich sehen, sondern es ist immer noch dieser Würfel. Und das heißt also, wir haben wenige Flächen, eigentlich nur die sechs Flächen dieses Würfels. Trotzdem erzeugen wir daraus ein Objekt mit wesentlich mehr Flächen. Da unten, dieser Ball hat wesentlich mehr Flächen. Für den Computer ist es aber fast egal, weil er rechnet das aus und kann das mit einfachen Rechenoperationen machen, als riesige Knotenpunkte zu verwalten und Kanten. Und damit gehen wir eigentlich ressourcensparend um und können trotzdem tolle Figuren erzeugen. Und diesen komischen Modifikator, den werden wir noch öfter anwenden. Das Tolle ist, wir können jetzt hier einen Punkt nehmen, und an dem mal rumzuppeln mit der G-Taste und erstellen jetzt hier eine völlig neue Form aus diesem Objekt. Eigentlich nur, indem wir am Würfel eigentlich was verändern, kommt da drinnen ein ganz neues Objekt zustande. Es könnte schon so ein Felsen werden oder irgendetwas. Also eine sehr interessante Möglichkeit, neue Objekte zu schaffen, wenn man eben diesen Modifikator dazu fügt. Und der hieß eben Oberflächenunterteilung. Der macht eben jetzt hier das, was wir kennengelernt haben, nämlich aus dieser Kante und dieser Kante so eine Kurve, die hier drin ist. Hier liegt quasi jetzt so eine Kurve drin. Ich nehme mal die Schritte wieder zurück mit unserem Verschieben der Punkte. So, und jetzt haben wir quasi aus der Kante hier oben und der Kante, machen wir es nochmal, die Kante hier und die Kante, hat er so eine Kurve berechnet. Und die ist mit weiteren Zwischenpunkten versehen. Und wenn wir die dann jetzt erhöhen, dann seht ihr, kommen da immer mehr Zwischenlinien dazwischen, und es wird immer runder. Also das merken wir uns mal, denn das brauchen wir sicherlich noch sehr häufig. Vielen Dank.